Hallo, hier ist wieder Galkainz und ich stelle euch heute einen richtigen Klassiker vor, und zwar Rugo, das Geheimnis des kikurianischen Sonnensteins. Hey, was geht denn? Beiß mir einfach in den Arsch, du blöde Piranha-Pflanze. Und hier finden wir ihn, den ersten Sonnenstein. Oh nein, eine Falle, was sollen wir tun? Hier? Ah, danke schön. Ratten sind eben doch nicht asozial, manchmal retten sie einen den Arsch. Ja, ich bin echt gespannt, ob ich das Spiel schaffe, ohne down zu gehen. Also das wäre dann schon auch für mich ein Erfolg, wenn wir ihn schon haben. Weil ein knackiges Level habe ich geschafft, und wenn ich das jetzt hier noch first try, wonach das ja bis jetzt aussieht, dann wäre das echt episch. Aber Angst habe ich, also wirklich Angst, habe ich nur vor einem Level, und das kommt noch später. Boah, Alter, war das knapp. Habt ihr das gesehen? Das meinte ich eben mit der Kamera. Man sieht es nicht, und den kann ich jetzt tatsächlich auch nicht besiegen, bevor ich da hinspringe. Ich habe euch ja vorhin den Tipp gegeben, besiegt die Gegner, bevor ihr da hingeht, aber der ist zu weit weg. Ja, das geht nicht. Scheiße. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe gerade gepfurtzt, das ist so asozial. Und ich sage es euch ja auch noch, aber wahrscheinlich habt ihr es ihr gehört, gell? Ist das asozial? Das Niveau ist gerade gesunken, ey. Ja, und jetzt? Bin ich jetzt tot, oder was? Hallo? Wie kann ich hier raus? Ah, okay. Ist das das Ziel? Entgeil! Ich glaube, ich habe heute echt einen geilen Tag. Oh. Scheiße. Zu früh gefreut. Oh. Oh. Jetzt haben wir einen reingekriegt. Und der Checkpoint hat sich aus irgendeinem nicht erklärbaren Grund nicht aktiviert. Das ist natürlich blöd. Vor allem ärgerlich, wenn wir jetzt da tatsächlich mal sterben sollten, weil dann müssen wir wieder vom Anfang an spielen. Ja, das ist ja mal ein bisschen gestört jetzt hier, oder? Das ist ja fast schon ein Wunder, dass ich hier so leicht durchkomme, ey. Ich glaube, ich habe... Ein Schutzengel. Und damit ist meine Serie gerissen. Willkommen zurück zu... Was geht? Was ist denn hier los? Grafik? Fuck. Fuck. Jo, jetzt geht's! Oh, da ist ein Checkpoint. Ich danke... ...Gott dafür. Ey, scheiße! Wenn ich dich jetzt nicht erreiche, gell? Ja, ist doch lächerlich! What the fuck?! Ne. Das gibt's nicht.